Das Wiedersehen zweier guter alter Bekannter. Denn Rino Capretti, 2003, Spieler unter Pavel Dotschev bei dessen erster Trainerstation in Paderborn. Beide Trainer mit großem Respekt. In Rot, Viktoria Köln. Zuletzt beide Teams siegreich. Pferl mit einigen Problemen in der Anfangsphase. Marcel Risse kommt an den Ball. Die Flanke, Timi Thiel und außen das 1 zu 0 in der dritten Minute. Lucas Cueto, der Deutschspanier, mit seinem vierten Saisontor. Pferl bis dahin noch ohne Gegentreffer in der Anfangsviertelstunde. Hier aber keine Chance für Robin Brüseke im Pferler Tor. Was folgte, war klar. Pferl versuchte Druck aufzubauen, brauchte aber ungewöhnlich lange. Und dann Reklamation im Strafraum. Kere, neu in der Innenverteidigung bei Viktoria Köln, vergrößert eindeutig seine Körperfläche. Hier hätte der unparteiische Tobias Schultes auf Strafstoß für Pferl entscheiden müssen. Es ging weiter. Ein intensives, ein packendes Spiel. Der vierte gegen den siebten. Timi Thiele und Brüseke zeigt, warum er unumstritten die Nummer eins im Pferler Tor ist. Klasse, die Reaktion des Keepers. Timi Thiele wird sich ärgern. Und es blieb intensiv. Es ging hin und her. Überall, auf beiden Seiten. Tolle Szenen. Aber die Verletzung nicht so toll. Vor allen Dingen nicht für Pavel Dotschev. Sein Außenverteidiger musste raus. Simon Handle ersetzt. Und das sollte entscheidende Bedeutung haben. Hier dieser Zweikampf. Yildirim gegen den Neuen in der Mannschaft. Und dann das Eigentor. Unglücklich. Ausgesprochen unglücklich. In der 36. Minute. Nochmal der entscheidende Zweikampf. Stellwagen. Kann da mit der Schnelligkeit von Yildirim nichts anfangen. Die Flanke entschlossen. Und dann eine Mischung aus den schwierigen Bodenverhältnissen. Und dem Ball, der über den Fuß rutscht. Dotschev unzufrieden mit diesem 1 zu 1 nach 36 Minuten. Aber es blieb spektakulär. Der Torschütze zum 1 zu 0. Cueto. Aluminium zum 1. Brüseke hätte hier keine Chance gehabt. Und es ging weiter. Timi Thiele knallt den Ball einfach mal an den Pfosten. Aber er geht halt nicht rein. 1 zu 1 zur Halbzeit. Letztes Wochenende beim 4 zu 2 gegen Halle. Die Halbzeitansprache von Rino Capretti. Der entscheidende Weckruf für die Pferde. Achtung. Und es knallt schon wieder. Das nächste Alu. Diesmal von Kasim Rabihitsch. Aber ganz stark auch die Reaktion in der 68. Minute von Sebastian Militz. Ein ungeheuer intensives, einpackendes Drittligaspiel. Der eingewechselte Michael Seaton. Unglaublich. Das hätte in der Schlussphase die Entscheidung sein müssen für Viktoria Köln. Aber Robin Brüseke hält die Pferde im Spiel mit seiner nächsten Glanztart. 1 zu 1. Ein Spiel, was definitiv mehr Tore verdient hätte. Und beinahe auch bekommen hätte. Der Pass von Risse in den Strafraum. Und dann ist es Aushilfsinnenverteidiger Pernod. Und Timi Thiele. Dotschev winkt ab. Es gab eine Berührung. Eine Kann-Elfmeter-Entscheidung wäre hier drin gewesen. Muss man nicht, kann man aber. So sah es auch Pavel Dotschev an der Außendinie. Eine packende Endphase eines klasse Drittligaspiels. Zwei Mannschaften, von denen man in dieser Saison noch viel hören wird. 1 zu 1. Thomas Wagner mit den Stimmen. Auf jeden Fall ein intensives Spiel. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Ich glaube, dass wir haben hier zwei Punkte liegen lassen. Ich glaube, wir waren die bessere Mannschaft. Wir hatten die besseren Torchancen. Es war ein offenes Spiel. Ein offener Schlagabtausch teilweise. Ich denke, für den Zuschauer ein gutes Spiel. Und ja klar, den Punkt nehmen wir mit. Ich bin zufrieden. Bin ich immer, wenn die Mannschaft alles gibt. Ein Spiel, was definitiv eines hatte. Einen extrem hohen Unterhaltungsfaktor.